36 Tage vor Beginn der WM demonstriert Bundestrainer Joachim Löw Entschlossenheit. Das vorläufige Aufgebot umfasst 27 Spieler, 23 werden am Ende nach Südafrika reisen. Nicht weniger als sieben Akteure kommen vom deutschen Meister Bayern München. Sie sollen den Rückenwind aus Liga-Pokal und Champions League mit zur WM bringen. Es ist natürlich gut, weil die Bayern natürlich jetzt auch in diesem Jahr wirklich sehr, sehr dominant aufgetreten sind, gerade auch in den internationalen Spielen. Das war schon auch zu spüren, dass sie da auch vor Selbstvertrauen strotzen. Während die Nominierung von Bayern-Aufsteiger Thomas Müller nicht unbedingt überraschend kam, war die Berufung von Holger Badstuber schon außergewöhnlich. Der Abwehrspieler...